und junge junge kämpfe nach mir seine grüßpappe hat oft gewohnt und dann fragt er seine grüßpappe wo sind die menschen hier wo du wohnst und der grüßpappe fragt wo sind die menschen du von du wo du kämpfst und sagt der junge du wo ich hier wohnt du sind die menschen soja nur sich soja ihnen kommt ja kalde negative menschen und der grüßpappe sagt krax und die menschen sind hier stürzt die lute kämpfe noch ein jung für mich und er fragt der grüßpappe wo sind die menschen hier und der grüßpappe fragt wo sind die menschen von du wo du kämpfst und er sagt du sind leuftulie fähne gode menschen die halten sich wie in unteren und da sind du eine für den anderen und der grüßpappe sagt krax und die menschen sind hier wenn sie der jungen wach ist fragt der ist der jungen wo sind sie sind dort zu den anderen jungen in der mese jetzt ganz anders und sagt der grüßpappe und jeder einer merkt sich den menschen darum sich so was er ist wenn er im hort negativ ist dann wägt der fehler sein wo andere menschen haben wenn ich sieg dann wägt der fehler finden wo andere menschen haben und wenn ich im hort positiv eingestellt sich und ich sagen schaff dich in frau und ich sieg die gute dinge von anderen menschen dann wägt die gute dinge von anderen menschen sein ich werde gute dinge finden im leben oder ich werde schlechte dinge finden im leben tun und ich sieg sprüche kapitel 17 vers 22 sagt ein frau wird hoort der peter aus gudem erziehn und wenn trüjet schlechte dinge finden verdreicht sogar die knöckes leufe frem wenn wir menschen sein wo die positive sein wenn wir menschen sein wo die gute dinge vom leben siegen wenn wir menschen sein wo die gute dinge siegt von anderen menschen wenn wir menschen sein wo die positive dinge siegen in dieser welt wenn wir froh sind wenn wir die gute dinge siegen und menschen froh merken wo drumhernd sein dort wird uns selbsthaftig merken und wir wollen ein viel positives gutes leben haben gott er sehen 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 john